Ich bin's wieder. Oh Wunder, ich bin's auf meinem Kanal. Ich mache ein Video. Ja, ich bin jetzt fertig gerade mit der Physio und wegen meinem Rücken, da war ich ja bei Rats, habe Physiotherapie verschwinden bekommen. Ich hatte jetzt schon die vierte Sitzung. Oh, Tag schnell. Und ja, mal gucken, was das so bringt. Ey, ich muss so übelst doll auf Toilette. Interessiert zwar keinen und ihr könnt mir auch nicht helfen gerade, aber ich muss das mal loswerden. Egal. Ja, gestern hatte ich ja Geburtstag. Ich habe mir bestellt to me nochmal. Und ey, ich bin 33 geworden. Ich finde die Zahl irgendwie blöd. Und das schreckt. Bisher hatte ich nie ein Problem mit dem Thema Geburtstag und Alter und so. Aber ja, die 33 finde ich doch irgendwie kacke. Newt lässt sich nicht verhindern. Ist ja nun mal der Lauf der Dinge. Wir werden alle älter. Aber ich werde immer schöner. Nein, Quatsch. Man muss sich das Alter ja irgendwie auch schön drehen, oder? Ja, also ich werde jetzt mal gleich zum Autohaus laufen. Mein Männe ist dort. Lässt sich die Winterreifen aufziehen. Und dann gucken wir mal. Zwecks neu im Auto. Für mich vielleicht ein klein. Mal gucken. Ich will ja noch nicht so recht, ne? Mir reicht das, dass wir das eine haben. Und Patrick damit immer fahren kann, um ehrlich zu sein. Aber naja. Ja, abnehmäßig, wie man hoffentlich schon sehen und erkennen kann. Wie gesagt, hat sich schon ein bisschen was getan. Ich habe jetzt derzeit 82 Kilo. Und ja. Bin eigentlich bisher ganz so clean. Da ist es doch so gut, ohne Sport erstmal läuft mit dem Abnehmen. Ich glaube aber, ich freue mich auch schon wieder darauf, wenn mit meinem Rücken alles okay ist. Und ich die Genehmigung oder das okay vom Arzt bekomme. Hey, ich darf wieder Sport machen. Gut. Also, ich bin froh, weil ich jetzt ein Klo finde. Und sage schon mal bis dann. Tschüss, ihr Süßen. Und im Übrigen, ne? Ich freue mich schon mega auf Weihnachten. Kennt ihr das? Also, ich bin ja ein riesen Weihnachtsfan. Eigentlich auch ein Winterfan, wenn man so will. Und, ähm, ich habe schon von klein auf. Mich immer gefreut, wenn Winter war. Dass, ähm, ja, man jetzt sich wieder dick einpacken kann. Dass, äh, man seine, seine Fettröllchen. Das klingt so bekloppt. Aber seine Fettpölzerchen wieder verdecken kann, ja. Mit dicken, schönen Pullovern. Obwohl ich ja hoffe, dass ich bald wieder in diese Situation komme. Dass ich nichts mehr an Fettpölzerchen etc. verdecken muss. Weil sie ja nicht mehr da sind. So könnte man es auch machen, wa? Wäre doch auch mal eine Lösung, ne? Nicht alle kaschieren. So einfach dran arbeiten. Dann brauchst du auch nicht mehr kaschieren. Dann ist nichts mehr da zum Kaschieren. Ist doch auch nicht schlecht. So, mein Arm wird gleich schlapp. Ähm, ich freue mich auf Weihnachten. Und, ach so, meine neuen Wimpern. Ich weiß gar nicht, sieht man die? Guckt mal. Ha! Hab ich mir gestern mal ein eigenes und selber ein schönes Geburtstagsgeschenk gemacht. Ist doch auch schön, wa? Bis dann, ihr Süßen. Bleibt gesund und passt auf euch auf, ja? Ich mach mich an. Ja. Ja. Ich mach mal. Ja. 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 Vielen Dank.